2008, heute haben wir eigentlich abgefahren. Ist das richtig? Ja. Das ist Sonntag. Und da sind wir stattdessen nach Sulzberg gefahren, weil wir 40 Tage verlegert haben. Sulzberg 1301 ab bei uns und in Großholzer Straße. Umsteigen in Weiler und jetzt sind wir hier um 10 vor 2. Und das Wetter, alles bei uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 4. 3. 4. 5. 6. 3. 4. Musik 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 Music Musik Amen. Musik Dann waren wir sonntags hier nie ohne. Musik 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 Amen. 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 Wenn wir auf der Terrasse saßen, auf unserem Berliner Feriendorf Lagenberg, konnten wir praktisch das Grützbergdorf sehen. Ich habe das angezogen mit einer Kamera. Wenn wir auf unser Fenster gucken, sahen wir praktisch den Hochzeit. Musik 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 Musik